Jooo Leute, wir sind wieder gestört mit Minecraft Tag-It. Ihr seid wieder Lappen, leider. Lappen! Lappen! Ich werde bezahlt dafür, aber naja, ok. Jetzt wohl gerne, würde ich bezahlen. Oh, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr Kohle gefunden. Ich habe nicht gesagt, dass ihr mich bezahlt. Achso. Ich habe bezahlt. Ähm, viel höher. Ja, genau. Jetzt mache ich grad die MFSU wieder leer, genau. MFE, nicht MFSU. Ah ja, die gibt es ja nicht mehr. Oder? Gibt es die? Gibt es auch noch MFSU, MFSU, MFSE, gibt es noch. Das ist nur die Stufe weiter. Ich habe vergessen, das Befehlungs-Upgrade in den Ofen zu packen. Na, das ist halt ein Dummkopf. Na, na, was? Äh, warum? Weil es so ist. Geh ich ja eigentlich demnächst mal wieder ins Kino? Warum Kino? Äh, nicht geplant. Äh, nicht geplant. Nein, also, geplant schon. Vielleicht. Samus. Neufel. Ja, ja, im September. Aber vorher glaube ich nicht. Ich habe überlegt, in Ding zu gehen, in Schäppi oder Schäppi oder Schäppi oder Schäppi. Oh ja, Schäppi. Schäppi habe ich mir auch überlegt. Schäppi ist ja überlegt, auch vielleicht. Aber vielleicht. Haben wir Mabel? Gar nicht mal so schlecht. Haben wir noch Mabel? Nein. Nein. Aber niemals. Ich habe immer mehr eine Schaufel. Ich habe immer mehr eine Schaufel. – Sie haben keine Mabel! Nein, wir haben keine Mabel! Nein, wir haben keine Mabel! Alter, ich bin eh... St. Sein halber, ich schlag dich n Block, Alter und du mit Schwert, Alter. Ja? Ich muss dich verteidigen, du hättest dich zu töten mit deinem Rage. Das ist wieder aufgemacht. Das war gerade der Nachruheffekt, Alter. Achso, achso, ja, sorry. Ich vergesse dich immer. Das ist wieder so. Das ist noch schwer wie eine Folge im Nachhinein hat. Ja. Vergesse ich jedes Mal. Ja, genau. Ich will dich jetzt immer töten. Also dann musst du ja immer eine Bucke laufen nach der Aufnahme. Hä, wo ist mein Advanced Alloy? Habe ich das hier rein? Advanced Warfare? Ja, Advanced Warfare. Ach ne, ich brauch zwei Verlust, ne? Oh, zum Glück kann ich direkt zwei bauen. Kommt die Folge raus, bitte. Uhrzeit. Nächste Woche? Nee, Tag. Übernächste Woche. Nee, ich mein Tag, halt. Keine Ahnung. Datum, genaues Datum will ich haben. Äh, Moment, das müsste das sechzehende, glaube ich, sein. Zwei Tage vorgeliefert und Hardware. Und Hardware? Weißt du, in Amerika? Und 19 komplett in Deutschland. Wir haben ja nur die Beta gespielt. Ich weiß nicht so. Echt? Da haben wir den Beta gespielt? Wir haben's krasslos gekriegt. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, stimmt. Ihr habt ja nichts zu tun gehabt. Ihr habt ja gesuchtet ohne Ende. Ich hab gesuchtet. Ich hab gesuchtet. Diamante. Puto, hör auf, Dickie Rest in den Meserator zu packen. Wieso geh das auch nicht? Nein, dir musst in den Extractor. Du hast es halt schlecht gebaut. Du hast einfach verkackt. Du kannst einfach alles in den Meserator werfen. Mach ich doch gar nicht. Doch, tust du. Du gehst immer hin und wirfst alles da oben in den Hopper, was alles in den Meserator wirft. Ach so, geht das nicht? Oh man, das ist schon hier muss, nur muss. Wie soll ich das machen ohne Pipes? Vor allem, das würde dir auffallen, wenn ich lauter Diabendpipes an der Wand hergehen würde, glaube ich. Ach so. Naja, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich würde es dir nicht auffallen. Nö. Du könntest mal einen Recycler bauen. Das wäre nicht meine schlechte Idee. Du könnt auch mal einen Circuit bauen. Was? Ich könnte erstmal deinen Scheiß da fertig bauen, deinen Mess. Okay? Dann könnte man was... Nur weil du wieder was in deinem Drogenlabor bauen willst. Nein, da können wir nämlich den Neter leer saugen. Ja, tun wir doch schon. Ah ja, eben. Und mit dem Mess geht es halt schneller. Und das können wir dann später in Diamanten umwandeln. Wenn man es jetzt schon bauen, dann kann es ja laufen für die nächsten Fall. Wir brauchen es ja momentan noch nicht. Aber wir können es laufen lassen. Was denn? Der Messfabricator. Ja, eben. Warum? Darum baue ich den noch grad. Eben, mach was. Hä? Du wirst dafür bezahlt wenigstens. Ich werde nur bezahlt. Ach so. Nur ich werde bezahlt. Weil ich Boss bin, nur ein King. Nein, King ist Sven. Nein, ich bin King. Sven wurde nur als Gewinn. Ich bin immer King. Warum werde ich immer bezahlt? Sven wurde nur einmal bezahlt. Sie hast ja immer noch bezahlt. Ja, ihr habt beschissen. Ey, ich hab hier den Messfabricator. Und eigentlich das Foto musst du unter Sven nicht wissen. Foto verträgt der Hochstrom? Verträgt der Hochstrom? Wer? Der Messfabricator. Ja, natürlich. Läuft. Läuft. Dann kannst du direkt an die Ding draufplatschen. Läuft schon direkt an der MFE. Was, echt? Hast du schon gebaut? Ja, ich hab doch die ganze letzte Folge gebaut. Alter, haben wir so viel Material gehabt? Ja. Aber ich hab die ganze letzte Folge gebaut. Cool. Markus, du musst dann runter und dir das den Apotheken hier beweisen. Das ist jetzt was cooles im Kellerlaufen haben. Und der ist relativ zügig, sogar schon 6%. What? Ja. So viel fucking energy haben wir? Ja, so viel fucking energy haben wir. Na ja. So fucking energy. Vielleicht sollte ich den aber trotzdem nicht vor die MFE schalten. Aber nur mit dem Schraubenschlüssel abbauen, ne? Ja, den hab ich natürlich dabei. Oh. Aber ich bin hier intelligent. Puto, was tust du? Geh weg. Das ist mir zu gefährlich mit dir hier unten. Ach so. Das letzte Mal, wo ich auf deinen Tipp gehört habe, ist ja alles in die Luft geflogen. Also, Erde geht ja auch nicht in der MFE. Äh, in die, in die Dings halt. Recycler. Haben wir eigentlich schon die Query? Nein. Du hast gesagt, du machst das ganze Technik, Scheiße. Ihr wolltet irgendwas mit Endertanks machen? Das haben wir doch schon lang. Das haben wir schon lang. Das haben wir schon lang. Wo meinst du, kommt sonst der ganze Strom her? Dank mir. Dank mir. Ich hab gesagt, wir machen das mit den Endertanks. Ja, ich hätt halt erst ne andere Quelle gehen, wo ich da war. Ja, Atomreaktor wär jetzt ein bisschen arg gewesen. Nein, den hätt ich nicht am Anfang gebaut. Nämlich der braucht ein richtig Haufen geiler Scheiße Atomreaktor. Soll ich jetzt ein MFE-System vor? Was? Ja, ein MME. Ja, macht das. Wir brauchen... Wo ist der Ausgang? Nein! Nein! Da brauchen wir einen Laser-Tisch! Was brauchen wir? Scheiße! Der Scheiß ist Empty Table mit seinen Scheiß Lasern! Nein! Doch! Ja, was brauchen wir denn? Um die Chips herzustellen! Was für Chips? Dafür brauchen wir 5 die Abwarte und auf die die Abwärmung bekomme ich das alles da. Ich hab das Empty Table gebaut. Warum? Weil wir die brauchen für die Chips, das ist das MME-System. Was laberst du? Jetzt brauchen wir doch einige Laser. Du brauchst doch das... einfach das Ding, das... wie heißt denn... äh... Oh, für die Laser brauchen wir auch die Abwärmung. Von... So Leute, jetzt zieht dir mal unser Lager. So Stein, Krimskrams und äh... Du brauchst doch nur einen MPC-Konsumer... ... oder MV-Konsumer und dann... Aber was redest du? Und dann ein Changer! Gib mal Konsumer ein! Weißt du, was in MV-System ist? Nein! Ach gut, dann halt die Presse! Äh, worb dir die Werkzeug hin? Oder Foto-Warsitz-Wertzeug hin? Wir haben keine Werkzeugkiste! Wir haben nämlich kein Werkzeug! Was raus? Was tust du hier? Ah, geil! Wir können ja auch aus dem... hast du das gewusst, Sven? Du kannst aus den Copperbäumen... kannst du Rwabber machen? Aus dem Holz? Aus den Copperbäumen? Ja, guck doch! Für Copperbäume! Komm runter! Schwätzer! Kein Schwätzer! Komm her! Schau mal, ich... Schau mal, ich hab hier oben einen Lasertisch aufgebaut! Komm rein! Wir machen jetzt gleich Laser-Party! Guck das an! Aua, 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 Aua! Guck! Warte, ich bin jetzt wieder unten! Ja? Guck da rein! Wo rein? Hier rein! Ja, in der X-Factor! Ja, das wusste ich! Ey, der Foto-Suppi-Hier net! Rubberbaud und kein Copperbaud! Aber okay! Das hat nicht mehr sein, wie sie zu machen können, Alter! Ja, ob wir nicht einmal Rubber und Copper auseinanderhalten können! Ich hab hier nur Platz gemacht, das ist schön aus! Das eine ist braun und ein Feststoff und das andere ist schwarze! Schwarz und klebrig! Sehr schön! Das eine viereckig, das andere rund! Das ist voll... Rutsche! Kein Unterschied zu erkennen! Nein! Hey, siehst du, Markus erkennt er auch keinen Unterschied! Hab ich ja auch nicht gemeint! Das versteht Wutu nicht! Stimmt, das hat er... Ja, das hast du schon gebracht, Junge! Ist langweilig! Guck mal in den Spiegel, dann weißt du, was langweilig ist! So, wie betreibe ich jetzt die Lades? Die verbinden es sicher gar nicht! Weil du es gebaut hast, dass wir unsere Energie haben! Ah, nee! Ah, bin ich bedämlich! Ich brauche ja gar keine Energie! So, Foto, wo hast du das wieder geklaut aus dem Internet? Aus dem Spiegel und dann so... Das ist mir grad spontan eingefallen, weil ich kann... Ach so, ja, vom Internet, oder? Weil ich es kann! Foto kann man? Ja, im Endeffekt nach, äh... Konto oder so... Ah, ja, das könnte er tatsächlich können! Weil er keiner hat! Darum muss er googeln! Aber er schreibt mit Google mit 2 U! Goggle! Goggle! 2 U hab ich gesagt! Goggle! Oder O! Das passiert auch manchmal! Er ist noch junger in der Welt von Internet! Hier, Y-Lon! Ey, Foto, was hast du jetzt eigentlich gemacht, Alter? Das hab ich gesagt! Zombie! Zombie auf der Wand! Zombie auf der Wand! Zombie auf der Wand! Das heißt auch das, was du, wo du grad drauf stehst, abbauen! Alter! Ich weiß, wie lange ich denn wir brauche! Ey, weißt du, wie lange ich für meine Mauer brauche, die ihr nicht bauen wollen, weißt du? Also... Also... Mach... Und die 15 Minuten sind doch... Nein, noch nicht ganz so! Nein, nicht ganz so! 2 Minuten! Foto, möchtest du ja wieder den Leuten hier Video-Zeit wegnehmen? Ist so! Seht ihr? Er hat nur sein Geld! Das er hier nicht kriegt! Nur ich! Warum haben wir eigentlich hier Raw Plastic rumliegen? Egal, ich scheiß drauf auf dieses Raw Plastic! Du musst jetzt was essen! Hapapapapapa! Foto, warum hast du eigentlich deinen Elbdork in? Turm? Weil das kann! Weil ich... Bis dahin baust du die Mauer! Ich werde weiter die bauen! Nein! Ich muss doch die Mauer wieder bauen! Warte, 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 warte! Ich werde hier das Tor machen! Siehst du? Da hier ist das Tor dann... Nur bisschen kleiner! Ist ja perfekt, da gibt's ja der Einzmitte! Warum nicht? Keine Ahnung von bauen, oder? Warum muss ich dann den Scheiß Berg abbauen? Boah, Junge, mach's doch... ich verhalte mag das dein Haus welcher ich war wenn ich sage ich bin der Fall ist ein Haus der Einzelmitte hat hat sie eine Mitte ich habe ich ein Zeiter es hat eine Einzelmitte das heißt es ist geil weil kann ich mir das Empli-Tempel hier so geil hinstellen ja wie geil also erotisch Nein wenn Lava wieder nur Bullshit und Symmetrische das ist nicht Symmetrische Alter das ist der Einzelmitte ich brauche gleich die Wand hinter das ist Symmetrische weil dahinter müssen dann wieder Kabel und so ich hab das ist Symmetrische oh je Lava mag ich was kriege ich mal mit den Marvel-Prix ich muss hier die Wand bauen den in der Kiste sind noch Marvel-Prix Halt, 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 Halt die wo hausen steht war eben noch was drin oh was steht wo hausen ist, stopp ich was sagt der Junge hausen steht ja ja ich hab nur sechs Marvel-Prix gefunden hier hier was sagt der? ah außen, er meinte außen hab ich doch gesagt nein du hast fausen gesagt das ist mein Klatscher und dir auch ein Klatscher geil, Leute! aber ich brauche eh nur die dünnen Marken, da kannst du die fetten hier behalten, bitte äh, der Ball ist fett Götter war die Gnade der Gnade ich habe mich bei Zwerin abrunden hat die die Erkrankte eine Mutter halte okay aber das ist langweilig die Arbeit der Beifelsangeheiz zu meiner Arbeitsauslage er ist der Zeit Mauer bauen muss Oh, du bist ja ein Bauerbauer, du bist ja ein Bauerbauer. Junge, so schlechte Weibes, Alter. Wie war flieh, immer noch so schlecht. War das nicht quatschig? Soll das eine Bar werden, Alter? Was ist denn da? Ich baue eine Bar in den ersten Stock. Schau, lass uns so die Getränke-Dinger, Alter. Ich mach gleich noch eine Later-Party, okay? Ja, Mann, Alter. Wurde, wirst du eine Bar haben, dann geh hoch zum ersten Stock. Hey, die Laser-Party kommt gleich, Digger, und dann geht das richtig ab. Ja, aber wir müssen aber jetzt die Aufnahme wenden, Alter. Ah, nein, Digger. Ja, dann überziehen wir ein bisschen. Ja, ein bisschen, stimmt. Okay, dann, sowas geht gar nicht, wir überziehen gar nicht. Was? Ihr doch nicht. Nein. Überziehen wir eine Folge überziehen. Nie weiß. Okay, dann, erst ich was nicht mal zu haben, in einer weiteren Folge von Minecraft Taget. Leute, Tschüss. 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 Hau ab. Ich finde. Nee. Tschüss. 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 Vielen Dank.